No Game Without Terrain Hallo und Willkommen liebe Leute Ja hey bei Flat Free Damage Ja heute, wir haben euch schon mal was vorbereitet Was wir euch heute präsentieren wollen hier Mr. Poxwalker himself Kriegt so ein Kettenschwert ins Gesicht heute Das ist der Plan Das ist der Vorticae Klassiker So eine Sister gegen das Poxwalker Das hast du nicht eigentlich zu jedem schon Ja ja das ist jedes Na hallo das sind jedes paar Klassiker Das ist ja nicht irgendwelche Spiel Leider auf unserem Channel nicht so Klassiker Also die Death Guard natürlich Haben wir jetzt schon mal gehabt Aber ja ich wollte meine Mädels auch mal wieder ausführen Für ein Tänzchen Ja ich hab einfach mal Bock die mal wieder zu spielen Das Internet das lässt ja so vermuten Dass bald wieder ein neuer Codex rauskommt Ja ich will einfach nochmal eine Runde rummeltern Hier mit verrückten Miracle Dice und so Hast du mal gezählt wie viele Meter du mitriffst? Ähm ne gezählt nicht Aber es sind auf jeden Fall Also wenn wir jetzt so Multimeter und Meltergans Ich glaube so um die 35 Ne dein Ernst? Jaa Da musst du schon oft daneben schießen Damit du Motti nicht würdest Genau Motti Motti ist nämlich zu einer Party eingeladen Motti steht da nicht rum Aber ähm Bin ich Bin ich gespannt Wir sind ein bisschen früher Ich muss dann Die Kamera wackelt gar nicht Man würde den Tisch nicht anfassen Ja okay Dann wackeln wir hier nicht mehr Auf jeden Fall Nicht mehr lang wackeln Jetzt holen die Sisters ihre Tackeln Los geht's 2.000 Punkte heute Definitiv gegen die Sisters of Battle Super geil Hier Leute 2.000 Punkte Sisters Melter 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 Ich hab mal in meiner Vitrine rumgekramt zu Hause Und hab hier alle möglichen Melter mitgenommen Die meine Sisters da irgendwo in der Kralle haben Und hab die mal in eine Liste gepackt 2.000 Punkte Our Martyred Lady Natürlich wenn man Our Martyred Lady spielt Macht man das hauptsächlich um die Juneth mitzunehmen Die ihren Re-Roll einzeln to hit und to wound gibt Da hab ich daneben noch die Canon Nest mit dem Rod of Office Power Sword Plasma Pistole Ist Warlord und hat den Warlord Trank Beacon of Faith Dass wir ein extra Miracle Die kriegen Und die Litany of Faith Dass wir da einen wiederholen können Und natürlich Celestine dabei in der HQ Sektion Dann habe ich hier vier Einheiten von den normalen Sisters Ihr seht hier die mit den Squad Marks Das sind drei identische Einheiten Die haben alle zwei Sturm Bolter drin Und einen Banner dabei Und hier einmal noch einen nackten Trupp Der keinerlei Special Weapons oder irgendwas hat In der Elite Sektion haben wir hier hinten einmal die Imagifier Für die Imagifier habe ich auch ein CP ausgegeben Dass die den Stärke Buff und den AP Ignorieren Buff rumgehen kann Und noch ein extra Relikt Dass die das Book of St. Lucius hat Um die Aura nochmal zu erhöhen Ansonsten in der Elite Sektion haben wir da hinten eine Einheit Sephyrims Auf der Chefin ist das Banner Ja das ist abgebrochen das Banner Verflucht seist du GW für diese dummen Bannerstäbe Aber ja also da ist es da ein drin so regeltechnisch Dann haben wir eine Fast Attack Da haben wir einmal Meltagun Dominions da Dann zweimal fünf Sephyrims die mit Inferno Pistolen Also zweimal Doppel Inferno Pistole dann geschockt kommen Und genau Heavy Support haben wir noch Einen Exorzisten dabei Einmal Heavy Bolter Retributors dort Und Multimelter Retributors Die Multimelter Retributors haben zwei Nachladeengel dabei Und damit die alle sicherlich die erste Runde gut überstehen Drei Emulatoren die mit Multimeltern ausgerüstet sind Und ein Rhino Also bring it on Darf ich Ihnen präsentieren Die Death Guard Alles um Morty drum herum gefokussiert Herzlichen Glückwunsch wir haben hier Premiere Tag Genau Morty und seine Konsorte habe ich vom letzten Mal ein bisschen angepasst Das heißt, ich war der Meinung, dass mir noch ein bisschen Flexibilität fehlt in der Liste Und da habe ich jetzt einfach noch ein bisschen versucht mir eine zweite Drohne mit reinzuquetschen Habe einmal Temmys rausgenommen Ja, gehe ich mal kurz durch was wir haben Wir haben eine Ferryman Liste Mit einem Super Heavy Auxiliary Detachment Den Morty selbst Der ist aber Mutalierens Anvil Damit er die Wallet Trades hat Auren ausmachen Re-Rolls ausmachen Und dann hat er natürlich seinen 5-4-0 Pain am Start Und den Arch Contaminator Also coole Kombo Morty Super Beatstick Dann habe ich ein bisschen Punkte gespart Und habe den Demon Prince ausgetauscht Gegen den Mendicaten Plate Caster Morty Hat auf jeden Fall Oh, die Powers muss ich euch da mal noch nachreichen Weil die habe ich jetzt gerade noch nicht im Kopf Der Lord of Contagion Ist noch mit am Start In dem Ferryman Battalion Das heißt, das sind meine zwei Hakus Der Lord of Contagion hat Auf jeden Fall noch den Wallet Trades Mit am Start Das ist das Ferryman Specific Was die Bewegung halbieren kann Wenn ich möchte Und das kann ich ja auch eine andere Einheit geben Eigentlich eine ganz coole Kombo Und Ich habe hier noch den am Start Das ist hier da Der gute Flamer Dude Der geht immer mit Zuletzt zu schlagen Okay, ist jetzt vielleicht gegen Sisters nicht so krass Weil das dann irgendeine Beschussarmee ist Aber an sich Der hat das Relikt mit den Rewards am Start An sich ist das Und die 10 Punkte Upgrade Dass er da Und das quasi Dass er das Rewarden darf Und dass seine Range extended wird Vicious Der heißt das glaube ich Dann habe ich Genau wie letztes Mal Die zwei Fingertrupps Plague Marines Mit einem Flegel Und einer Axt Also ein Cleaver dabei Die im Rhino durch die Kante düsen 30 Foxwalker 7 Thermis Ich glaube hier stehen bloß 6 Da machen wir noch einen siebten hinstellen Mit einem Flegel Einen Plagueburscrawler Mit Entropiekanonen Schön fürs Stratagem Die angesagten zwei Drohnen Mit den Flashmoren Die richtig Chaos aussehen da hinten Ja Ich glaube die Powers Erzähl ich euch gleich noch Und ich bin super gespannt Was die Liste so gegen Desistus macht Und wie viele Multimeter Multi aushalten kann Let's fetz Genau wir spielen heute Vital Intelligence Hier auf unserer Coolen Platte Mit dem Mit unserem Gelände Mit dem coolen Gelände Ja Ja Na ja sieht ja auch geil aus Auf der Marsplatte Muss man schon mal sagen Das passt hier alles schön zusammen Ja Vital Intelligence Wir haben sechs Marker Die ihr hier schön seht Überall Fat Green Damage drauf Oh ja Ja Wir haben haupteisch Ruinen Also all die ganzen kleinen Sachen Hier und auch die Fabrikelemente Spielen wir als Ruine Hier seht ihr noch 1, 2 Ventilatoren Das sind Krater ne? Genau Die nutzen wir einfach als Krater Und hier diese Silos Die wir hier haben Verwenden wir als Industrial Structure Also auch Dance, ne? Dance Cover Nice Minus 1 zu Hit Element Element Genau Aufstellungszone Einmal hier hinten Und einmal hier Jo Und wir haben uns wieder am WTC orientiert, ne? Geländetechnisch ist eigentlich ganz cool Ja, natürlich Also muss man mal ein bisschen leicht anpassen Also hier und da Ja, ja, klar Ja Jetzt hier jemand romeckert da zuhause Nee, aber es muss ja auch Cool aussehen Muss man ja auch sagen Ja Aber es ist schon ziemlich gut angepasst An die Geländeregel Und ja Willst du uns noch was zu deinen Secondaries sagen? Genau, Secondaries Ja Also ziemlich langweilig Aber hoffentlich Punkte bringend Wähle ich natürlich mit den Sisters Scramble aus Das sind immer so geschenkte 10 Punkte Sichere 10 Punkte? Cool Ansonsten die Death Guard Liste Das einzige, was halt so hoffnungsentfernt Punkte bringen könnte Assassinate, ne? Also wenn ich alle Charaktere kille, dann sind das 12 Punkte für mich Mhm Und als letztes habe ich noch gewählt Engage in all fronts Ja Hoffe ich mal, dass das auch ein paar Punkte bringt Ja Mit genügend Wegwerfeinheiten kriegt man das schon hin Äh, ja Ich Mein Lieblings Secondaries Practice Cygnus Habe ich hier noch mal probiert Mal gucken, ob ich über die applikatorischen drei Punkte hinauskomme Eigentlich sind ja viele Marker, ne? Ja Und ich habe Poxwalker mit dabei Also bin ich jetzt mal optimistisch, dass das geht Äh, ja, genau Und dann habe ich mal ein bisschen für Fight Einfach weil ich dicke, große Einheiten habe Ähm, und du Morty killen willst Also, äh, spiel mal einfach mal das Spielchen Und Engage Engage ist jetzt nicht ideal Da weiß ich auch, da werde ich jetzt nicht gerade 15 Punkte holen Aber, äh, ich denke mal so 6-8 Punkte sind da safe Deswegen, ähm, probier ich das einfach mal Besser als Brenners Racing Äh, 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 äh Schönen wir euch mal die ganze Epic Das hier Wenn es los geht Yes, sir Ja Ja Oh yeah Oh yeah Erzähl mal Erzähl mal Ah ja, ich sehe schon wieder nichts Du siehst nichts, ja Ja Jetzt, 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 jetzt Ja, genau hier hinten ist so ein Backplatz Da haben die Epic jetzt ihre Körner hingestellt Ja, ja, ja Schau dich das an Was ein Haufen Ja, also es ist eigentlich auch gar nicht so wichtig Das einzige, wovon man sich hier, äh, jetzt in der Death Guard verstecken müsste In der ersten Runde ist halt, ähm, der Playbus Crawler Aber, ja gut Der schießt eh indirekt Der schießt eh indirekt, ne Deswegen ist es auch relativ egal Aber hier steht alles so ein bisschen beisammen Dass ich sogar nach links und rechts gleich agieren kann Falls ich dann anfange oder auch nicht Ja, hier haben wir einen Rhino mit zwei, ähm, Sturmwolder Sisters Hier drüben ist dieser nackte Sister Squad Ohne alles Ohne alles Ist der Wegwerf Squad Genau, dann stehen hier die drei Emulatoren Aha Zwei davon sind die Red Readers drin Und in einem davon, ähm, ist ein normaler Sisterdruck noch drin Hier vorne Dann haben wir den Exorzisten hier in der Mitte Die Helden hier so ein bisschen dahinter Um ihre Bubble dann, äh, ausbreiten zu können Ja, aber ich habe ja keinen Deep Strait, ne Hier vorne sind die Dominions Jopp Die eventuell mit einem Pre-Game Move Hier vielleicht gleich ein bisschen stänkern können Mhm Und, äh, die Sephyrams hier hinten im Häuschen Ja So Versteckt Cool Und ansonsten, ja Hier ist ein Haufen Melter Und, äh, wo hat sich denn Morty Wollte ich gerade sagen Also wenn ihr hier das Spielfeld so seht Dann fragt ihr euch echt Wo ist er denn? Ach, da ganz in der Ecke Ähm, das ist das Einzige Wo wir beide ein bisschen rum überlegt haben Bei der Aufstellung Ähm, ähm, aber es hilft alles nichts Du hast gesagt, du hast hier 30 Meter oder so Und ich habe mich ein bisschen so gestellt Dass das nicht alles rankommt In der ersten Runde an Metern Oder sehr wenig Ähm, ist immer so eine Sache Ob ich den jetzt überhaupt richtig einsetzen kann Werden wir mal sehen Wie lange er nach vorne braucht Warp-Time habe ich ja nicht Ja, ansonsten habe ich mir einfach ein bisschen Hier so einen kleinen Todesball Von sieben Thermis Und dem Rhino Ähm, eine Drohne Ähm, tja Und, äh, da drüben sind einfach noch ein paar Boxwalker Alle so ein bisschen an der Linie Damit ich, ich brauche so vier oder fünf Zoll Ähm, äh, Advances Um auf die Marker da drüben drauf zu kommen Eventuell vielleicht ein Spread the Sickness ansetzen kann Oder so Genau, äh, Protessent Vitality hat er und Majasma als Backup Das wollte ich euch nach nachreichen Und er hat, äh, Gift of Contagion Ähm, auch Majasma Und, ähm, das wo ich auf Sex und Tödliche mache Äh, weiß gerade nicht, wie das heißt Blackwind Blackwind Ja, gut Ja, doch, es heißt Blackwind Klingt auch wie ein Blackwind Sehr schön Ich hab einen Würfel in der Hand Du hast einen Würfel in der Hand Letztes Mal Feuer Ja, ja, noch Statt mal hier Ja, schon wieder Mit zwei Scheiße Naja, gut, ähm Metal for Ghost Ja, was soll's Mensch, ein gutes Spiel Auf geht's Uh, yeah Zeig mal Okidoki Ja, ich bin ein bisschen vorgedüst Zu viel brauche ich nicht vordüsen Zumal ich auch nicht alles sehen kann Wenn ich jetzt hier mich maximal nach vorne bewege Ich nutze einfach diese kleine Passage Um hier ein bisschen Line of Side Gegen den Block hier Diesen Block da ziehen zu können Also ich kann jetzt variiert gleich ein bisschen wo drauf schießen Ich habe meine Runde gestartet mit zwei Miracle Die Wovon ich einen gerollt habe Und jetzt schon mal zwei Sechsen da liegen Zwei Sechsen am Start Ah, ich war hier drüben schon Für die Multiplayer Geil Noch wichtig zu wissen Die Helden sind hier so nachgerückt Dass die ihre Re-Roll Bubbles an die Autos geben An die Autos geben Cool Das eine Rhino ist hier vorgeflitzt Und hat einen Fuß auf dem Marker drauf Der Marker getaggt Der Marker getaggt Genau Noch ein paar Sistos Und ansonsten Der Rest versteckt sich da In der Ruine drüben Viel wird jetzt nicht passieren Ich habe drei Sachen die schießen können Auf was anderes Und zwar fangen wir als erstes mal an Mit dem Exorzisten Der Exorzist schießt auf den Flash Mower Jo Genau Ich habe das Spiel mit 10 CP gestartet Ich habe jetzt einen wieder bekommen Den ich aber gleich mal ausgebe Um die Anzahl der Schüsse Von den Raketen des Exorzisten Zu wiederholen Genau Wie CP hast du hier so? 10 10 CP Also ich habe einen bekommen Gleich wieder ausgegeben So, 3 W3 Schuss 3 W3 Schuss Ja Na Mensch Das ist der Klassiker Aber nur wenn du den CP ausgibst Genau Gut Nehmen wir 6 Schuss 6 Schuss nimmt er Sehr schön 1 darfst du wiederholen 1 darfst du wiederholen Minus 1 to hit Das hier ist ein Stamps Ich bin auf die 4 Den Flash Mower Hallo Dürf die eine 1 wiederholen Minus 1 to hit Hat sich gelohnt Schön Mhm Äh Wisst ihr was liebe Leute Mir fehlt gerade eine Ich habe meine Sick Brides gar nicht gewählt Oh Und das An dieser Stelle wirfe ich die einfach mal aus Statt sie zu wählen Okay 2 W6 Ähm Die 2 und die 3 Ich hoffe du weißt was es ist Ich mach mal einen kleinen Cut Äh die 2 und die 3 Habe ich gewürfelt Einmal dass wenn was stirbt auf einer 5 Plus Darfst du nochmal schießen Mhm Und ähm das andere dass ich Plus 3 auf den Denide Witch Test kriege Also ich glaube das klingt super stark Ziemlich geil Super wichtig Sehr schön Äh wir sind bei den Hits Yes Sir Also ich habe 4 Hits auf den Flash Mower durchbekommen Und wurde den Stecker 8 ne Stecker 8 genau Wurde den also auf die 3 ne Ja Puh Alter Schwede Das sind alle 4 oder wie 4 Wunden mit Minus 3 Boah Junge Hehehe Oh Gott Ähm Und das macht dein W6 Schaden Ja Oh Gott Hey diese Armee Die ist so Ah ich habe 2 W6 Schaden 2 Wviel Leben hat das Ding 9 9 Und Minus 1 ne Also Minus 1 genau Minus 1 c Ja Ja gut ist natürlich schwer mit 2 W6 Den dann direkt Down zu bekommen Mhm Ähm Ich probiere es trotzdem mal Also einer 6 Schaden Ok also 5 Schaden Mhm Und dann würfeln wir noch Braucht man auch eine 5 ne Mhm Und 6 um den platzen zu lassen Und ne ist eine 1 Das ist eine 1 Also sind wir bei 6 Schaden zusammen 6 Schaden insgesamt Mhm Dann hat er noch 3 leden Dann hat er noch 3 leden Mit dem Gerät Mhm Ähm Und den Heavy Border Nehme ich mal noch in die Termin-Stand rein Ok Wie gesagt Auch Minus 1 Aber 1 den dürfen wir wiederholen Ja 2 Hits Und Spiele schon 5 haben die ne Wieder schon 5 Genau Die 4 eine Runde Aber die 1 dürfen wir wiederholen 2 Runden Macht er gleich so Cool Minus 1 ne Ja genau Ok Dann machen wir den Emulator Der das Rhino sehen kann Jo Der schießt ähm Genau Den Twin Multimelter In den Rhino rein Und den Heavy Border In die Termin-Stand In die Termin-Stand In die Termin-Stand Ja genau Wir fangen an mit den Twin Multimelter So 2 1 sind dabei Die war wiederholen Jo Der bleibt trotzdem noch 1 Das sieht dünner aus Ja Auf die 3 Runden Die auf eine Runde Und das geht Du hast Rhino gesagt ne Ja genau Ähm Minus 4 ne 4 Ähm Cover bekomme ich nicht Hab ich nichts Hast du nichts Und ich reduziere auch den Damage nicht um 1 Ach das kann er gar nicht Nein Aber man kriegt dann noch 2 Jo Hab ich noch 8 Okay Und auf die Termin-Stand nochmal hier die Obligator Hmmm Mit Minus 1 zu Hit Klasse Eins auch noch wiederholen Mensch das ist ja ein richtiges Eine Hunde nur Ne 2 4 ist ja durch Jo auf jeden Fall Ah Mein Leben verloren Okay Okay Gut Dann haben wir den äh Kommt noch so ein Ding Oh Gott Mal schauen Der probiert ähm die Drohne äh zu finishen Ah sieht die Twin Multimeter auf die Drohne Ich messe lieber noch nach ob der auch mit 24 Zoll da rankommt Aber ja Das sieht gut aus wenn das so sieht Ja Und dann machen wir die äh Heavy Booter auf die Termin-Seller so gut funktioniert das jetzt Ja ein Leben hast du schon So also auf die Drohne Zwei nicht Zwei gehen durch Und auf die 3 Einen dürfen wir noch wiederholen Es sind aber echt viele Einsen dabei ja Naja aber die ganzen Re-Rolls Die muss ich irgendwann mal ausmachen Sonst wird das hier noch zu Problemen Ah Äh warte mal Du hast jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit Ne du musst jetzt eine 4 plus würfeln um den kaputt zu machen ne Ich hab noch 3 Leben Ja Und du kannst jetzt nichts Du kannst das noch re-rollen Ich könnte das noch re-rollen CP re-rollen Ähm Will ich diese Drohne unbedingt noch haben Das ist das letzte was schießt gerade ne Also wirklich Relevante ne Ja genau Ähm ja Auf eine 5 plus Äh das ist dann auch so ne Ja ich mach CP jetzt trotzdem mal Juhu Also wenn man viel Glück hat dann kann man behaupten das war eine richtige Entscheidung Genau das war es So Jetzt die Booter noch gegen die Tammys Zwei Einzelmeter dabei Jop Das ist eine 2 Weißt du was hier liegt Ja Trifft Und auf die 4 Eine Runde Jo Mach ich dir noch eine 1 klar Dann hab ich wohl so ein Leben Fast Fast Okay 2 Helfe Entdeckung ne Ja genau Dann war es das Ching Ching Engage Kriege ich für 2 Punkte Also ich hab in dem Viertel In dem Viertel In dem Viertel 1 Zwei Punkte Wo ich das einmal in der Hand hab Ähm ich bin bei 11 CP und ich geh jetzt auf 12 CP Ja Zack Und dann schauen wir mal Ich hab's auch gleich gesagt ähm Morty ähm Halte ich mir ein CP für bereit weil ich die 1 für ein Advanced gewürfelt hab Ja Ja Euch gleich CP das heißt wir kommen wieder bei 11 CP Ähm alles damit Morty ähm einfach jetzt irgendwo in halbwegs einer coolen Reichweite steht Ähm und ein bisschen Angst verbreitet Ähm hier bin ich einfach ein bisschen vor Advanced Detect hier den Marker ist nicht Advanced und hofft das Ding zu chargen Ähm genau und Morty muss dich irgendwann vorbringen Er guckt mit der Kette so raus dass er hier das Fahrzeug sieht Genau den Emulator durch Den Emulator so heißt er Ja genau Ähm 6 beim Advanced hat dazu geführt dass er bis zum Marker gedüst ist Ähm und ob ihr jeden Fall mir auch das Engage bringt Ähm auf jeden Fall Ja wenn es nicht sogar das hat ne Und der Blob steht hier einfach stabil dahinter Ähm genau das ist Das ist erstmal der erste Plan Und dann würde ich sagen Sonst ähm Morty hat noch ähm hier Reroll auf sich angemacht irgendwie ne Achso ja genau das ist jetzt nicht relevant Aber äh noch nicht ähm aber genau er hat Rerolls auf sich selbst Okay Den Core Reroll den man immer vergisst anzusagen Ja ich fang mal gleich mit Morty an weil es wichtig ist ähm er macht gleich mal Miasma auf sich selbst Kommt? Kommt? Okay dann möchte ich gerne mit meinem Rhino da Und du kriegst ähm Und du kriegst ähm Und ich krieg plus 3 Aber ich darf nur einen Würfel nehmen Das heißt das ist eine 4 plus Würfel Boah Miasma ist so wichtig Aber ich hab halt eine 6 gewürfelt Du hast halt eine 6 gewürfelt? Boah ist das so herzliche Das ist halt CP'n ne? Ja Boah ne Ey Und du kannst deine auch CP'n Oh das ist schon wieder alles so gruselig Ähm Ich brauche ja keinen CP Und nächste Runde kriegt ja voll die Melter ab Ich kann das ja safe denyen Jaja du kannst das ja so machen Ja genau Boah ist das brutal Das heißt ich muss jetzt mindestens einen 9 würfeln Ja genau Ähm Boah taffe Überlegung hier Raucht schon in der ersten Runde Ja CP raus Boah 10 Glück gehabt Dafür dreh ich dir mal deinen CP-Stab Ja Mach mal Mach mal Ich könnte ja immer noch den 9 Könntest du machen ja Für hier CP und so Auf der 4 plus Auf jeden Fall machen Ich weiß gar nicht wie viel das kostet an CP Aber ja komm wir probieren das mal hier hinten Ey warte mal wie kannst du das den 9 Du kriegst Alles was die Act of Faith Fähigkeit hat Ach so den 4 plus Kann den 9 mit einem B6 Kann ich nicht schaffen Deswegen gebe ich 1 CP aus Ich habe übrigens vorhin leider vergessen Ich war nicht auf 10 sondern auf 9 CP Weil ich den Reroll für den Exorzisten angemacht habe Und jetzt dreht hier unsere Kamera wieder Super geil rum Hat er? Hat er es wieder? Ja Hier ist Back Also ich bin jetzt bei 8 Ich glaube zumindest es kostet 1 CP Ansonsten korrigiere ich das nochmal nach Und auf die 4 plus den 1 erstmal Der Imperator der will nicht Kamera Mach mit Also Miasma drauf Minus 1 Das wird auf Morty hier CP hier und dort gekostet Aber das wird es wahrscheinlich schon wert sein Ach da waren da Gefühle hier Den guten Kerl da so ein bisschen zu safen Ja Und dann mache ich noch Playground auf den 5 Mann Trupp hier unten Ja da unten haben wir noch die 5 Sisters Genau Das kommt glaube ich auf eine 6 Kommt auf jeden Fall nicht mit einer 5 glaube ich Kann ich nochmal checken aber auf jeden Fall glaube ich nicht Und er macht Brutessen Vitality auf die Einheit Ja Kommt mit einer 7 Mit einer 7 das könnte man denine und zwar nehmen wir einen von den Emulatoren Die hier sicherlich Ach das kostet schon ein CP oder Nein die können ja standardmäßig denine mit einem W6 Und dadurch dass ich den Sacred Ride mit plus 3 hab Heißt ich kann deine 7 auf eine 5 plus Also ich habe eine 1 gewöhnt Ja denied und da liegt die 1 Also nix mit Ja doch Also gerade da War so rum rum Fliegen und Und sowas Achso Protesten Vitality plus 1 Toughness und Sterb Achso sag ich doch Toughness 6 Ist das irgendwie relevant? Ich glaube nicht Ja Und ich mache Eine Smite Nächste Einheit Müsst du das zahlen? Ja Ich hatte eigentlich Prunkert Eine 5 und eine 6 Eine 11 Super Smite Ja ja komm schon locker ran Super Smite Was geht? Braucht man nicht würfeln ne Da gehen einfach jetzt mal W6 Models rein Jo genau W6 Models Eine Yeah CP habe ich schon genutzt Das heißt Ja Wir freuen uns alle Jeder ist okay Der Rest ist gut gelaufen Da bewere ich mich jetzt überhaupt nicht Ja Passt schon eigentlich hier ne Passt eigentlich was gut ne Würde ich sagen Erstmal hier Dicker fetter Block da Auto steht Bereit hier Auf 4 Markern bist du drauf Yes Sir Aber das war ja erst die Psychic Phase Das heißt wir können ja Ja ich mache jetzt genau Ich mache jetzt hier noch ein paar Schuss Pointing on you Blackbird Scrawler oder? Blackbird Scrawler gönnt sich auf jeden Fall hier diese Diese Melder Einheit da drüben Diese Melder Einheit Der hier genau Die Ja die Seht ihr ja jetzt hier gerade nicht so gut Achso ja genau Die Dominions Mit seinem Mit seinem Und er macht ne tödliche auf die 4 plus wenn ich das Stradet schon mal ausgebe Ich glaube es lohnt sich in dem Fall mal nicht Und die Melder und die anderen Waffen gehen auf das Fahrzeug was ich hier sehe weil es ist das einzige was ich sehe Die Entropie Kanonen meinst du? Genau Melder sind die Entropie Kanonen Okay Genau Das heißt ich schieße mal los Treffe er ja neuerdings auf 3 Doppel 6 alles klar Wiederschön 7 ne? Stärke 8 3 Eine Wunde Eine Wunde Minus 4 ne? Minus 4 Ja ich würde die eigentlich gerne behalten Deswegen nehmen wir mal hier als safe meinen Sechser Retter Jaja Okay Cool Das heißt welches Schuss von Motor 2 2 Ein Hit Eine Wunde Stärke 6 hat das bestimmt Stärke 8 Stärke 8 sogar Mach das minus 2 Minus 2 Minus 2 dann sind wir mit Deckung auf den 2er also 4er N все Sticht 1 Oder wahrscheinlich bloß der Sargent Genau ich nehme den Sargent raus Weil wir spielen ja Our Martered Lady Das heißt der Rest trifft dann auf die 2 gleich Das war jetzt bloß, das ist hier die Minus 1 AP, das ist diese Rot-Hail-Rolli-Gun oder das ist die kleine Waffe, die er da hat. Das ging auf den Minus 1, okay. Achso, Minus 1 ignorieren wir aber. Achso, ignorierst du. Okay, aber es geht trotzdem durch. Hat er einen Grunde verloren. Ja, da bin ich ja noch mal glimpflich davon gekommen. Absolut, ich habe ja jetzt nicht so eine Schussarmee. Das heißt, ich charge mit der Drohne noch, um dir ein bisschen Spaß zu... Schafft er das? Wir hatten vorhin schon mal und guckt, also 6 Zoll sind die auseinander da. Richtig, genau. Also ich meine, 6 Würfel, ich bin knapp über 6. Genau. Kein Problem. Kannst du da irgendwas dran machen? Ich bin so gut über Overwatch. Nein, Overwatch meine ich jetzt auch gar nicht, aber so mehr irgendwie da... So zurückfallen, ne? Nee, nicht. Ja genau, wie Tangle-Foto oder sowas machen. Gar nichts, gar nichts. Nein, nein. Also du rutschst da ran, nicht ganz. So, dass ich gerade so einen Zoll mehr mache und schön auf dem Marker stehe. Da hinter den Zoll bleiben. Naja, und vor allen Dingen kann er auch 6 Zollerosch intervenieren. Ja, das ist natürlich eine schöne Sache. Was ja ganz cool ist, ne? Okay, und jetzt haut er seine 12 Attacken nach. 12 Attacken, genau. Hau ich mal mit der Drohne zu. 12 Attacken. Und du bist bloß wieder schon 6, ne? Ja, okay. Ist der Grund wieder schon 6, ne? Ne, 7 ist doch alright. 7, okay. Ähm, 1 0. Achso, Watch Contaminator. Das heißt, ich wiederhole alles, was nicht... Achso. Okay. Okay, also... Stelle 7 gegen Widerstand 6 hast du benutzen, wegen Contagion Discipline. Genau. Und die 2 darf ich wiederholen. Die mit minus 2. Minus 2 und die machen auch 2 Schaden, ne? Na klar, machen die Flat to Damage. Natürlich machen die, natürlich. Ja, guck mal hier. Power Rhino. Oh! Das war aber schön. Das sind, äh... Das war aber gut. 2, 3, 4 gehen durch, ne? 4 gehen durch, ne? 4, das sind 8 Schaden, ja. Klasse. Lebt nur mit 2 Wunden. Was geht's? Okay. Moment. Ja gut, ich dachte, das Ding platzt und die Mädels können sich den Marker holen. Aber ne, hör. Der vermiesst einmal hier die Tour, ne? Deine Würfel. Okay, was heißt, score ich 2 für Engage ganz sicher? Ja, auf jeden Fall. Ähm. Also, ich würfel dann aus Spaß nachher nochmal die Attacke vom Rhino zurück. Achso, ja. Das interessiert euch jetzt nicht, ne? Ja, Engage. Also 1, 2, 3 Viertel auf jeden Fall. Ähm. Spread the Sickness ist da passiert, ne? Ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Eine Einheit macht Spread the Sickness. Das ist die Einheit, die hier so dumm steht. Drei Punkte. Genau. Und, äh, ziemlich gute Position. Also stehst du auf 4 Markern, ne? Das ist richtig sehr. Ähm. Da, da. Ja, krass. Ne? 4 Marker. Neiße Ausgangsposition hier. Das sieht ziemlich gut aus. Ja. Und, äh, soll man gleich mal sagen, was bei dir so passiert? Ja, ich habe halt, ne? Dadurch, dass du mir den da denied hast damit, der… Ja, das war wichtig. Da kriege ich jetzt erstmal primär 0. Mhm. Aber das war auch so ein bisschen, worauf ich jetzt erstmal kurz gepokert habe. Ich… Dass ich vorgehe, ne? Ja, na genau. Du musst dir ja auch ein bisschen was… Geht ja kaum anders, oder? … zeigen zum Beschießen, ja. Ja, ja, genau. Äh, du kriegst auf jeden Fall ein CP, ne? Also Primary kriegst du nicht, aber… Ich kriege ein CP, Primary 0. Und, äh, ich kriege ansonsten wieder 2 Würfelchen. Miracle Dice. Ah, ja. Miracle Dice. Zwei Stück. Und darf ich einen wiederholen? Ja, natürlich. Die 2, die braucht kein Mensch. Eine 5 und eine 4. Ja, schön. Gut. Hast du sonst noch was, was in der… Ne, das können wir noch nicht. Erst dann wieder mit Codex und so. Das sind die neuen Codex. Genau. Gut, ich, äh, bewege mich mal und dann sehen wir uns. Ja, mach dich mal. Ich bin mit meinen, ähm, ähm, Sisters hier aus der Ruine rausgekommen. Die haben ja ein Modell verloren, können also auf die 2 treffen. Die hoffen mal, hier den zu zerlegen. Die Zephyrims sind hier, äh, ausgestiegen. Die werden natürlich keine Plague Marines im Nahkampf, ähm, ähm, umklatschen. Aber, zumindest stehe ich da erstmal auf dem Marker drauf und mal gucken, wie die Dinge so laufen, was da geschieht. Ja. Ansonsten hier in der Mitte interessant, die, äh, Multi-Melter Retro-Readers sind ausgestiegen, weil die nämlich hier dann mit dem Stratagem, äh, Mortys Flügel wegmeltern können. Ja, die sind engklappen. Genau, und ansonsten ist der Emulator hier so ein bisschen vor, blockt da noch ein bisschen. Die anderen haben sich ganz verhalten leicht nach vorne bewegt. Zum einen nochmal um die Drohne da sehen zu können, sind noch in der Bubble von allem drin. Der Exorzist ist da stehen geblieben, wo er steht. Die Canoness hier hinten steht auch da, wo sie steht. Hier aus dem Rhino sind die beiden Sisters-Einheiten rausgeploppt. Also hier auf den Marker und auf den Marker. Das Rhino ist zurückgefallen, damit es eben, ähm, ja, da kommt trotzdem die heroische Intervention von der Drohne, ne. Aber, ja, das ist hier aber ein bisschen Bewegung reinprägend. Und, noch eine Sache, Bewegung, genau hier unten, die seht ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht, die eine Einheit Sisters ist hier auch aus dem Auto ausgestiegen und hat dann einen Fuß auf dem Marker dort. Das heißt, von vier Markern, die die Death Guard zu Beginn der Runde hatte, sieht es aus, als wäre es jetzt nur noch einer. Die haben für den advanceden CP genommen, ne? Genau, genau, ja, ja, deswegen, ich bin jetzt nur noch bei acht CP. Und, genau, ich bin in der Bewegungsphase, habe ich dort hinten noch eine Einheit Zerafilms runtergebracht. Und die haben jetzt erstmal die Aufgabe für ein CP, ihre Melter auf den Blackbush Crawler und ein paar Pistolen auf die Poxwalker runterzulassen und dann hoffentlich noch mit einem Miracle Day Charge den Blackbush Crawler beziehen. Ja, dann gönn ihr mal. Dann machen wir erstmal die vier Inferno-Pistolen auf den Blackbush Crawler. So. Da treffen drei Stück. Und auf die vier verrunden wir den, ne? Ja, genau. Eine. Eine Wunde. Minus vier. Dann habe ich da ganz sicher einen Fünferretter. Äh, schaffe ich nicht. Ne, und dann machen wir mal hier ein Damage. Wuhu! Okay, ein Damage. So, dann sind das noch sechs Pistolen auf die Poxwalker. Oh. Und auf die vier. Jo. Zwei Stück. Zwei Saves. Sechs, vier No Pain. Ja. Zwei Poxwalker weniger. Cool. Das nehmen wir doch schon mal mit. Mhm. Gut. Das war Hoofment Phase. Ja. Ja. Jetzt habe ich eins. Jetzt geht es richtig los. Jetzt. 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 Komm, fangen wir doch gleich mal mit den, äh, dicken Sachen hier. Die Retributors. Ich gebe die zwei CP aus für, ähm, Endless Retribution oder sowas. Heißt das. Hast du gerade ein CP noch ausgegeben für die? Stimmt. Da muss ich nachdrehen. Bin ich noch bei fünf. Uh. Die gehen aber schnell weg hier heute hier. Wie heiße Semmeln. So. Ähm. Acht. Multimelderschuss. Sechs, sieben. Acht. Auf Mortarion. Von dem Retributorsquad. Ähm. Wir haben Reroll. Ja. Ne. Nur acht. Die Kanoness steht innerhalb von den Sext. Genau. Die Junif habe ich zu weit weg bewegt. Also keine Einser im Wunden wiederholen. Da habe ich mich auch nicht aufgepasst. Gut. Aber wir treffen ihn mit minus eins. Also auf die vier. Ja. Mein Jasma habe ich sehr hart für gekämpft. Die zwei Misses. Wiederholen. Das sind vier Hits. Die drei. Und auf die vier für unten. Ja. T8. Bitteschön. Dreimal. Oh boy. Oh boy. Der Retter. Ähm. Genau. Das sind schon Melder mit voller Power, ne? Ja. Die haben jetzt bloß einen Damage durch das. Durch das Stratage. Ja. Das sind also deine besten Melder. Das heißt ich CP den ein. Schaffe ich nicht. Gehen zwei durch. Bei neun. Das heißt ja das Plus Eins wird ignoriert durch dein Damage reduzieren. Ja. Also machen wir noch. Zwei wie sechs Schaden. Da liegt die zwölf. Fast. Ne elf. Wuuuuh. Nicht ernst. Oh Gott. Mein Herz blutet. Elf runter. Mein Herz blutet. Das coole an der Sache ist, wir haben hier zwei Engelchen, die dann gleich nochmal nachladen können. Gib mir mal noch drei Würfel bitte. Drei noch. Oh boy. Acht Wunden gehen durch, ne? Oder? Fünfe hat er. Ja. Zwei, vier, sechs, acht gehen durch. Hat er noch zehn Leben. Krass. Schlecht. Haben wir uns schon mal fast auf der Hälfte. Boah Morty. Genau. Wir können nochmal zweimal nachladen. Das heißt zwei Multimelder schießen nochmal. Zwei Treffer. Wenn das einste Hit schon durchbekommen. Ja. Oh boy. Und zwei Wunden. Oh boy. Jo. Halt die ein. Zicht ein. Und nochmal W6 Damage drauf. Big Numbers. Naja. Vier. Okay. Und das wird immer noch Plus 1 Damage, ne? Vier No Pains. Drei nochmal runter. Hat er sieben. Sieben Wunden noch. Okay. Das ist schon die gerated. Oh boy. Na das lief doch gut. Muss ich mir gleich meine Engelchen hier rausnehmen. Ja. Zwei Engelchen gegen drei Wunden von Morty. Ist okay. Was habe ich sonst noch angesagt. Und zwar. Die vier Melter Guns gegen das Rhino. Die sind nicht in kurzer Reichweite. Einfach nur in W6. Also kein Plus 2 Damage. Okay. Wir treffen den Guten auf die 2. Da wir ja da die Chefin verloren haben. Das sind vier Hits. Und verwunden den auf die drei. Drei Wunden, die durchgehen. Drei Wunderschmack. Drei Wunderschmack. Drei Wunderschmack. Reicht, ne? Seil hinüber, ja? Kabumm. Ich weiß nicht, ob er Kabumm macht. Eine 6. Ah! Das trifft aber glaube ich auch da hin. Ja, da muss man ganz kurz gucken, ob das auch... Weil die Explosionen treffen eigentlich schon wirklich nicht. Ja, das Rhino ist hier kräftig explodiert. Das heißt, die Drohne könnte jetzt noch sterben. Er trägt noch einen. Er trägt noch einen. Glück gehabt. Er hat die noch zwei. Dann hier der Granat-Dude ist auch noch mit drin. Oh, klasse. Er hat dann noch ein Leben. Und er ist auch mit drin. Zwei. Kriegt zwei. Und jetzt die Severin. Ein. Klassiker. So, ja. Das heißt, ich muss gleich noch aussteigen und die hin platzieren. Genau. Dann würfeln wir. Und ich krieg noch ein Würfelchen, weil ich was zerstört habe. Ah ja, genau. Gut. Wir sind... Also, Beschuss ist nicht viel passiert. Zwei Popsborg sind, glaub ich, gestorben. Dann sind wir in der Charge Phase. Die sind hier hinten in der Ecke, ne? Ach nee, wir sind hier... Ich spür das mal hier. Also, den hier. Die zwei Plague Marines werden von den Sephirim angegriffen. Uh, okay. Uh, das schaffen die mit einer 10 und... Und das ohne Miracle Dice. Aber Miracle Dice? Zerafib nach hinten. Aha. Die greifen den Blackboard Scrawler an und da legt man einfach mit den Miracle Dice. Einen neuen. Einen neuen legt er da hin. Mhm. Geht er mal ran, ne? Gut, gehen wir mal ran. Check. Ja, ich glaube spannend ist tatsächlich, ob du hier jetzt so ein paar Black Marines tötest, ne? Mhm. Ja, natürlich. Normalerweise spielt die kompetitive Welt im Bloody Roast. Dann sind die natürlich nochmal ein bisschen knackiger, was da ankommt. Ähm, es sind ja jetzt nur noch vier. Ja. Ähm, die Chefin hat drei Attacken, die anderen zwei. Eine ist explodiert. Eine ist explodiert. Dafür treffen die jetzt auf die zwei. Weil eine explodiert ist. Genau. Die trauern ihrer, äh, heroisch gestorbenen Schwester nach. Boah, ich bin zwei. Und haben Stärke vier und verwunden auf die fünf, aber dürfen durch sich selber Wunden wiederholen. Alle? Ja. Boah, das ist natürlich stark. Das sieht doch stark aus. Das sind schon mal. Krass. Vier Stück mit minus drei sind nicht Paus hoch. Mit minus drei, sagt er. Der hat nur noch sechster, ne? Der hat sechster Schutzwurf. Ja, und lebt der letzte noch mit einem Leben. Lebt der letzte noch mit einem Leben. Ähm, ja, dann lassen wir den Flegel mal noch stehen. Mhm. Genau. Das heißt, der Flegel, den kann ich doch gleich mal so rückschlagen, oder? Kannst du mal. Mach mal das mal so. Der hat sechs Attacken. Von denen vier treffen. Von denen zwei Einsen dabei sind. Von denen drei verbunden bloß. Mit minus? Minus zwei. Ja, also fünfer. Ja, gehen nochmal zwei. Ach, die haben eher drei. Mhm. Okay. Ich nenne es unentschieden, würde ich sagen. Ja. Okay, und dann haben wir noch, gut, die Seraphims dahinten. Die Seraphims dahinten. Gut. Passt, das werfen wir gleich nochmal nach. Dann gehen wir auf Scoring. Da ist interessant nochmal Moral für den Arbeiter. Moral? Für meinen einen Beuder? Ja, ne? Ja, das ist mir jetzt keine zwei CP-Wert. Boah, besteht er sogar. Besteht er. Cool. Ha, selbst du musst Moral machen, weil du hast auch drei Ladies verloren. Ja, genau. Oh, schade. Vier minus drei, ja, da sind wir safe auf sieben. Sogar acht, glaube ich. Ja, ist auch safe. Gut. Der ist von der 6 umgekippt. Hm? Ach ja. Hast du umgekippt? Der ist von der 6 umgekippt. Ich hatte vielleicht schon so einen kleinen Hock. Das intervenieren müssen wir dann da hinten noch machen. Ja, genau. Das machen wir auch gleich noch. Also die Drohne interveniert da. Also die Drohne steht halt mitten auf dem Marker, damit die intervenieren kann. Und du hast dich schön geblockt. Ja, du holst hier. Und die wird halt da irgendwie ranfahren. Genau. So sägt den wahrscheinlich. Mhm. Das würfeln wir gleich nochmal so aus, weil das ziemlich wahrscheinlich ist, was passiert. Und aber für Scoring, also ich habe mit den ganzen Einheiten, die ich habe, habe ich Engage. Vielleicht auch für drei Punkte, ne? Drei Punkte. Das lohnt sich. Gescrambled habe ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt ausgelassen. Hätte ich jetzt noch in der Mitte und in deiner Aufstellungszone scramblen müssen. Habe ich nicht gemacht. Und Assassinate ist noch offen, ne? Aber ich meine, da kümmerst du dich an. Naja, das mache ich für dich. Gar kein Problem. Oh boy. Gut. Okay. Dann würfeln wir das noch aus und dann sehen wir uns gleich wieder in Death Guard. Genau. Guck mal. Yo. Command Phase. Das heißt. Command Phase. Ich gebe die Revolts auf mich selber, Morty. Ich habe hier drei Pogswalker verloren. Ich gebe den CP aus, dass ich sieben Würfel werfe und auf drei plus kommen Pogswalker zurück. Sechs Stück? Es darf aber glaube ich nicht mehr als gut sein. Und jetzt ging es einfach nur darum, dass ich jetzt drei Pogswalker direkt hier an die Kante stellen möchte, weil dann habe ich vier Modelle auf dem Marker und dann kriege ich halt zehn Punkte für das Marker. Hier unten drunter sind nur drei Schwestern, die den Marker halten. Genau. Und dann starte da mit zehn Punkten primär, ne? Ja. Ich gebe noch zwei CP aus, um mein Droning Special auf die Drohne hier zu geben. Das heißt Bewegung und Advances halbieren. Dann bin ich noch bei sieben CP. Die Drohne bekommt... Hey to the seven! Liebe Grüße an den Damien, ne? Ja. Gut, dann bewege ich mich. Genau. Meine Bewegung. Ja, fangen wir hier an, ne? Ich kümmere mich hier um den Meister-Trupp, der da ausgeploppt ist. Ich habe den strategisch so hingestellt, dass der innerhalb von sieben Zoll ist und hier ein paar Mortals verteilt. In der Hoffnung, dass ich das darf. Vielleicht müssen wir das nochmal checken. Ich lasse mal wieder beworstet werden, weil wir das falsch machen. Äh, genau. Dann sind die Thermis ein bisschen vorgewappelt. Ich denke mal, vielleicht tagge ich sogar dieses Fahrzeug hier noch mit. Ähm, die Sisters stehen hier direkt an der Wand. Das heißt, The Lord of Contagion gönnt sich die Dirn. Hoffentlich. Die Drohne ist hier so richtig. Die hat sich richtig gedacht. Die wird jetzt hier irgendeins von den Heldchen mal rausnehmen. Äh, sag das so optimistisch. Und die Fahrzeuge dann im Pile-End irgendwie mit taggen. Und, ähm, ich habe ja die 2 CP ausgegeben auf die Drohne. Das heißt, in 6-Zoll-Umkreis um die wird erstmal Bewegung halbiert. Was ja schon mal ganz cool ist, ne? Weiß nicht, ob das irgendwas ausmacht, weil der bloß wahrscheinlich eh da rumsteht. Äh, genau. Morty hatte leider keine coole Wahl mehr, weil er bloß noch 10 Zoll kommt. Und nächste Runde höchstwahrscheinlich eh tot ist mit seinen 7 Leben. Der wird halt einfach die 5 Sisters da verbrüllen und dann hat sich das erstmal. Ähm, genau. Aber der hatte halt für's Team die Melder genommen, ne? Ja, für's Team. Der hat wirklich für's Team. Der ist eigentlich nicht der Typ, der was für's Team nimmt, aber was soll's. Äh, ja, hier drüben muss ich leider hinnehmen, dass das nicht so cool aussieht. Ähm, da, aber die Poxwalker, also zur Not machen das die Poxwalker. Da sind wir uns ja einig. Ja, sowieso hier, best unit in the game, Alter. Ja, richtig. Ja, wichtig war, dass die 3 wiederkommen für meine primärten Punkte. Die werden da jetzt hier ein bisschen reinchargen. Und, ähm, ja, dann hab ich eigentlich schon ganz schön viele Marker, ne? Da werd ich dich auch primär wieder ein bisschen zurück, zurückhalten können. Auf jeden Fall, ja. Genau. Und dann ab Runde 3 anzuspielen. Äh, ja, für mich heißt das, ich fang mal mit C an. Das heißt, äh, Morty wird sich mal, äh, ein Jahrs mal gönnen. Eine 2 und eine 5. Mit einer 7. Eine 7. Das CP ich jetzt mal nicht. Das kannst du dir also nicht mal ausmachen. Das CP der Mist. Ja, genau. Dann nehmen wir, ähm, was, was. Ja, ne. Der Exorzist. Der Exorzist hier. Eine 6 plus 3 macht eine 9. Denied. Der Exorzist ist gebannt. Nein. Sehr gut. Ähm. Schade eigentlich. Aber ich sag mal so. Kann ich auch nicht viel machen, ne? Und dann hat er noch das Gift of, also das, dass ich die, ähm, äh, Auren, also die, die Reichweite, äh, von, von der, äh, von der Nögel-Dingens erweitern kann. Also ich will, dass die hier 12 Zoll auch auf, 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 auf. Das ist jetzt das, äh, movement reduzieren, ne? Ähm. Ja, das ist ja diese, das ist ja diese Ferryman-Kombo. Also der, das, äh, erweitert seine Contagion-Range um, um 6 Zoll. Und, ähm, ich hab jetzt gerade seine, seine Fähigkeit auf ihn gegeben. Und dass es in Contagion-Range, ähm, befindlich wird, ähm, Bewegung halbiert. Genau. Ja. Und das kommt mit einer 6. Mit einer 6. Das können wir probieren zu den 9. Ähm. Das macht da meine Magifier. Ja. Und das macht er auch? Plus 3 ist eine 5, die ich mache. Also nichts. Nichts. Ich darf nur eine 6 nehmen. Das heißt, das ist jetzt quasi eine 6, äh, eine 9 Zoll Aura im Umkreis. Mhm. Da kann ich nichts machen, ne? Achso, und weil es ja Lord of Contagion ist, äh, der macht plus 3 Zoll auf die Aura, hast du halt einen 12 Zoll Umkreis. Das war's. Jetzt hat schon ein bisschen Wombo-Wombo-Wombo-mäßig geklappt, ne? Ja. Also im 12 Zoll Umkreis wird deine Bewegung halbiert, falls das Ding dann noch lebt. Ja. Oh, ist cool. Ähm, bin ich stolz. Äh, genau. Dann machen wir einen kleinen Cut und ich chatt mal ganz kurz im Redenbuch nochmal, aber ich passt auf. Okay. Deine erste Power in Smite hier rüber. Ja, das, äh, CP ich mal. CP da. Kommt mit einer 6? Mit einer 6. Bin ich bei 6 CP tatsächlich? Ja, das ist tatsächlich schon gar nicht mal so unwichtig. Ähm, ich deny das natürlich. Probier ich erstmal, ob wir das so schaffen. Mit einer 5 nicht. Ne, dann geb ich 1 CP aus, geh auf 4 runter. Genau. Und auf eine 4 plus. Dann weißt du das tatsächlich. Schade. Ähm, das heißt, es sind ein V3 Mortals und eine Mortals, weil ich einen Power und meine gewissiert habe. Das heißt, zwei Mortals sind die zwei tot. Cool, da ist mein Typ da wieder frei. Obwohl mir das ja gerade auch nicht so viel bringt, aber... Ähm, ja. Okay. Und er hat noch eine zweite Psygrad, macht wieder Protestant Vitality auf die Damen und Herren. In der 9. In der 9 hast du nicht hinein, ne? Wieder schon 6 und plus 1 Stärke. Ja! Das heißt, ich gehe gleich mal in meine Schussphase über, würde ich sagen. Was kann denn schießen, der? Auf jeden Fall schießt der Break-Wars-Froller erstmal kräftig alles in die Damen da rein. Okay. Naja, was soll er machen? Das heißt, die Meltzer gehen da rein. Mit minus 1, ne? Ja. Ähm, ja. Zweimal. Zweimal. Minus 4. Sechser Ritter. Sechser Ritter, ne? Eins und... Sechs. Eine Dame weniger. Dann die vier Schuss. Die sind aber nicht heavy. Dieser Stubber da, oder was das ist? Ja. Der ist nicht heavy, also kriege ich nicht minus 1. Sag du's mir. Aber das sieht aus wie nix. Äh, ne, du bist ja minus 1... Ähm... Ja, was ist das? Stärke 4? Gut. Äh, ne, ist das sogar Stärke 6. Ja, gut. Äh, minus... Also eine Runde mit minus 1. Minus 1. Vierer. Ja, hab ich jetzt noch großes Feuer. Ne, ich glaub ich hab noch so einfach so ein paar Pinkschuss, die ich mal kurz off-cam... Ja, genau. Sehen wir uns gleich wieder. Die Retro Brutus sind, äh, durch ganz ganz viele Bolter hier, von denen allen gestorben... Und ein CP vom Flamer. Dem Flamer. Den hab ich mit einem CP. Ich bin auch bei 5 CP und du hast einen gezipäht und bist noch bei 3 CP. Ja. Tod sind sie in der Reise trotzdem, genau. Auf jeden Fall. So, und wo willst du denn chargen? Oh, ich hab so viele Charges. Das ist eigentlich krass. Charging, los geht's. Ähm, die Thermis chargen das Fahrzeug. Jawohl. Das schaffen sie auf jeden Fall. Mhm. Kriege ich dann gleich rein. Dann chargen die Boys die hier. Ja. Schaffen sie nicht! Stehen direkt davor. Ja. Ähm, Lord of Contagion chargt hier direkt durch die Wand. Ja, das schafft er auch. Nur mal wirklich nicht zu würfeln. Die Drohne chargt die beiden Damen hier. Die beiden Heldinnen, ja. Okay. Also steht direkt davor. Double A1, Double A1. Müsste aber reichen. Ja, ja. Ja, ja. Man muss da gleich mal gucken, ob ich das noch sauberer machen muss, damit ich da noch reinpellen kann in die Fahrzeuge. Ähm, Morty hat leider nur die Wahl direkt da vor sich hin zu chargen. Mhm. Ähm, wenn ich würfel, kann ich jetzt hier noch überspringen? Geht nicht, ne? Ja. Der hat Fly, oder? Ja. Ich glaub beim Chargerhoff. Beim Chargerhoff. Okay. Vier. Da hat er einfach so dicke Stiefel an. Was ist los mit ihm? CP ich das? Damit ich da rüberkomme... Sei der Geiz. Fünf hat er noch. Ne, ich brauch gleich noch CP. Ich geize ihn mal wieder rum. Die Poxys chargen auch das, was Dreck vorensteht. Und die Poxys hier hinten chargen die zwei Damen da hinten noch. Dann bewege ich das alles mal. Alles reinbewegen. Startest hier mit der Drohne. Die Drohne haut alles auf das Banner. Ja, ja. Guck mal. Gott. Ja, läuft. Alles außer. Fünf Wunden. Mit minus zwei, ne? Mit minus zwei. Er hat auch einen Viererretter. Also durch Celestine und Jyneth, die buffen die gegenseitig hoch. Ja, machen wir mal nacheinander, ne? Gehen zwei Damage durch. Gehen durch. Held. Oh, cool. Und überlebt. Überlebt sie? Hat er gut gewürfelt. Sehr schön. Krass, lebt die nette Dame da noch. Was geht? Das hätte ich gar nicht erwartet. Cool. Willst du mich irgendwo unterbrechen? Lohnt sich irgendwo richtig? Macht das irgendwo Sinn? Ne, das Auto gegen die Thermis nicht. Da hätte es aus meiner Sicht Sinn gemacht. Ne, er kann nicht. Aber das bringt ja nichts mehr an Bord. Nö, nö, nö. Hau mal weiter fröhlich. Hau ich ein bisschen vorm Hirn. Los. Auf jeden Fall, ne? Also jetzt noch kurz die Drohne. Wenn die jetzt nachrutscht, dann taggt die die beiden Autos mit. Ach genau. Ja, den Move habe ich quasi schon so in einem Zug mitgemacht. Dann schlage ich... Gucke ich mal, ob ich hier drüben die Damen zerschlage, wenn du nicht unterbrichst quasi. Mal gucken, ob die das schaffen. Dann schlägt der... Da ist bestimmt wieder der Flegel, ne? Der Flegel schlägt erstmal zu. Naja, wir genießen das. Drei Wunden. Drei Wunden minus zwei oder so, ne? Ja. Ja, dann eine tot. Ach so. Minus zwei, ne? Ja, ich habe ja ein Drei auch. Ja, drei, vier, fünf. Minus zwei. Ach so, dann stimmt. Ja. Ja, ja, genau. Oh ja, On Cam, Leute. Bitte einmal Applaus holen. Ja, Cleaver. Drei Hits. Alles außer Flegel. Ja. Drei Wunden mit minus drei. Dann machen wir doch mal hier drei Sechsten draus. Achtung. Ne, nur zwei. Okay. Sind schon mal drei weg? Jo, steht noch eine, ne? Ne, Quatsch. Sind weg. Habe ich ja gerade falsch erzählt. Sind alle tot. Okay. Du hast zwei durch den... Links, ja. Wollen die dann noch laufen oder bleiben die hier stehen? Na, aber und dumm sind laufen. Na ja, zum Näher ist der ein Feind. Das ist also der Immunator. Okay. So. Jo. Jetzt geht's. Dann... Heftig abgestürzt. Was hast du? Wie die da zuschlagen, ist auf jeden Fall nicht so spannend. Ja gut, dann haben wir noch den Lord vielleicht. Lord of Contagion auf jeden Fall. Das Problem ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob er fünf oder sechs Attacken hat. Da musst du mal ganz kurz cutten. Der Lord of Contagion haut jetzt auf die fünf Sisters drauf. Auf die fünf Sisters drauf. Genau. Wow. Krass. Zwei Hits. Zwei Wunden mit minus drei. Ja. Sechser. Ja. Pssst. 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 Das klingt doch gut. Pssst. 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 Ja genau. Starke Sache. Die sind raus. Dann haben wir da hinten noch Morty. Der, da brauchen wir glaub ich auch nicht viel, nimmt auch die Mittels daraus. Und dann haben wir hier noch die Poxwalkers. Guck mal mal ob ich mit dem Poxwalkern gegen die Mittels noch was machen kann, ne? Pssst. Ach nee, jetzt müssen noch zehn sein. Dann, guck mal, da muss ich bloß ein paar Würfel danach extra werfen. Treffer auf vier. Das waren 16 Würfel, ich mache noch mal 4 extra. Das ist auch nur 3. Guck mal, andere. Hecho. Wir haben aber auch viele Attacken. Naja, zwei Attacken. Ach nee, du bist ja Widerstand 2 oder sowas. Du wohnst schon auf die 3. Wohn ich auf 3. Ja, natürlich. Ja, Ruster, 3 plus. Eine. Eine? Was geht? Ja, gut. Die Thermis hier, die haben den Emulator auf einen Lebenspunkt runtergeratzt. Ein Lebenspunkt dank dem Miracle Diner am Leben. Ansonsten da Sisters und Proxys, die kämpfen weiter gegeneinander. Und was ist noch? Ja, hier, die Drohne hat noch einen Lebenspunkt verloren. Richtig, genau. Und was, ja, sonst sind es noch kleine, kleines Zeug. Pass ist das, Morty hat das jetzt noch aufgeräumt, ne? Genau, auf jeden Fall hat er das getan. Ja, gehen wir zu den Scores. Ich kriege 3 für Engage. Engage, ja. Und Spread Designness ist noch nicht so gut. Ansonsten ist es jetzt nicht, ne. Und sonst habe ich ja Baby Stand. Und dann mal schauen, was mit dem Rest so wird. Ja, genau. Das heißt, ich bin jetzt aufs... Ah, ich konnte dir tatsächlich, dadurch, dass hier noch Obsext steht, kriegst du noch 5 für Primary, ne? Großer Fehler. Okay. Pass. Das war richtig. Ja, was aber ansonsten ist, ich würfel gleich nochmal da Moral für die Tanten da. Und gucke ich mal, ob ich es noch für Wunderwürfel gleich hier habe. Äh, genau, ja. Ja, was passiert? Was passiert, genau. Ich habe 2 CP ausgegeben, dass der Emulator hier zurückfällt und dann kann er nochmal schießen. Ich habe halt jetzt unglaublich... Ich bin sowas von getörtelt hier. Und wir können jetzt nur noch beten, dass wir diese Seuchenwelle hier überstehen. Ähm, die Sisters hier sind zurückgefallen, damit die Retributors, die ausgestiegen sind, hier gleich auf die Poxwalker ein bisschen ballern können. Und, ähm, da drüben sind die Seraphims runtergekommen, die gleich für 1 CP in der Bewegungsphase auch noch schießen können. Und, ja, der Emulator hier ist zurückgefallen, damit er noch ein bisschen länger lebt. Mhm. Genau, und da legen wir gleich mal los mit den Seraphims. Und zwar haben wir die Inferno-Pistolen. Ich schiebe jetzt noch für einen extra CP, ne? Ja, genau, also ich bin nur noch auf einem CP jetzt, ähm, auf dem Blackbosscrawler. Oh, ja. Das sind 3 Treffer. Mhm. Und 4. Wow, krass. Au, au, au. Gehen 2 durch, ne? Wie viel Leben hat der jetzt noch? Der hat noch 9. Noch 9. Ja. Er hat die gleiche, gleiche Schose wie vorhin. Ja. Ja, ich nehme eine 6, macht 5 Damage. Und dann der zweite, ja, 4, macht zusammen 9. Kabumm. Ist der tot. Krass. Und dann habe ich noch ein paar Boltpistols, die da nochmal auf die Poxwalker abschießen können. Ja, da hat er mir einen Wälder-Sampi-Fight gekillt. Das ist gegen die Poxwalker. Mhm. Und auf die 4 macht nochmal 3 Wunden. Auf die Clawswalker. Geben wir hier nochmal den Poxwalker. Ja, gehen noch 2 Poxwalker. Gehen noch 2 Poxwalker. Gehen noch 2 Poxwalker. Gut. Ja. Ja, natürlich 4. Da geht es jetzt drum. Der Exorzist. Exorzist. Auf Morty. Geht da die letzte CP noch drauf zur Sicherheit? Ne. Ne, ne. Mach doch so. Ne, mach doch so. Zaubern wir mal einen neuen Schuss hin. Oh, boah. Ich habe ja gesagt, jetzt machen wir das hier mal mit. Temporal Protect und so. So, kein Miasma drauf. Das heißt, wir treffen ihn auf die 3. Miasma hat er geblockt. Einsen dürfen wir wiederholen. Ja, dann 2 nicht. Und verwunden wir auf die 4. Oh, boah. Ich glaube, da ist gerade ein Zug abgeflutzt. Nehmen wir dann noch den letzten CP. Scheiße, ich kriege den nicht dort mit 2 W 6. Ne. Einer, bitte. Einer, okay. Ups. Sorry dafür. Geht durch, dann CP ich den. Geht durch. Dann CPs du den. Okay, bist bei 3. Ja, alter. Ja, gerade in dem Moment. Ja, Mini-Cut habe ich gehalten. Habe ich eine 4-Cut gewürfelt. Ja, ich habe gerade meinen kleinen Kameraverlust gehabt hier. So, 4 gewürfelt, Feuer. Ich muss mal noch kurz ein paar Miracle-Dies werfen, einmal, dass ich da den zerstört habe. Ja. Und für die Anfang meiner Runde. Ich meine, weil du die Fight mir gefühlt hast. Boah, dann machst du einmal alles. Das ist schon geil, Alter. Das ist schon geil, Alter. So, dann der gegen die Drohne. Oh yeah. Ja, alles, ne? Aus der Hand. Minus 1, da wir im Nahkampf sind. Und keine Re-Rolls, weil der Motti daneben steht. Und jetzt auf die 3. 2. 2 Stück. Minus 4. So. Komm. Komm. Geht eine durch. Geht eine durch. Oh, hast du wieder eine 5 gewürfelt. Hey Jakob! Jetzt so. Schimm' Dich? Hier zwei. Lickt. Shooting Phase. Und dann hat er noch ein Leben. Heavy Border. Los! Ein Treffer. Kein Leben. Das heißt, ihr lebt dann noch mit einem Leben, ne? Ja ja. Das heißt, die müsst ihr seinen Nahkampf klären. Okay. Jakob, du machst mir das hier echt schwer. Mach dir das nicht easy, ne? Ich bin übrigens bloß noch bei 3 CP. Ja, ja, okay. So, dann haben wir den Emulator hier, der zurückgefallen ist. Der muss jetzt Morty. Der killt hier noch Morty. Ja, der muss. Der muss, wie gesagt. Okay. Kein Minus 1 zu Hit. Wiederholen durch die Junif. Ach, Mann! Naja, das wird hier aber schwierig, muss ich mal sagen. Die Heavy-Bolder gehen auf die Tammys. Da sind gerade die letzten Hopes gerade noch gestorben, glaube ich. Da ist einer mit einem Leben. Ja, deswegen geht es auf die Tammys da ein. Ein Tammys Tod. Ja, nehmen wir gleich raus. Okay. Dann, das darf nicht schießen. Hier haben wir ein paar Pistolen, die sind egal. Okay, dann habe ich hier die Retributors, die auf die Boxhooker schießen. Wollen wir das dann zusammenfassen? Ja, können wir dann zusammenfassen. Oder machen wir vorher noch Celestine. Da hast du hier deine Helden nicht mehr. Die sind nicht mehr innerhalb von 3 Zoll. Die hat einen Flamer. Ja, genau. Ach, Flamer. Ja, 6 Zoll. Überlegen wir mal kurz. Nehmen wir das in Charging. Nein! Wollen wir nämlich ein paar Assassinate-Punkte hier mal noch rausholen. Aus denen. Da würde ich auch noch freuen mit der Celestine. Dann nehmen wir mal den Flamer. Ja, auf den Granatentypen. W6. Flammen aus dem Schwert. Stärke 6. Sind die nicht von den Thermis gedeckt? Ja, das ist 3 Zoll, oder? Sind die weg? Da kann ich das gar nicht machen. Und da passt nicht 6 Zoll. Ja, dann nehmen wir das einfach auf die Thermis. Bitte. 2 Wunden? Wieder schon 6. Sind die Stärke 3? Ne. Safe, safe. Hast du den 1 schon rausgenommen hier von deinen Thermis? Ne, muss ich mal den rausnehmen. Gut, dann chargen wir den gleich. Dann haben wir hier noch ein paar Bolt Pistole. Die sind uninteressant. Da auch. Genau, da sehen wir uns dann gleich wieder. Nach dem ganzen Good Shirts. Und zwar die Retributors chargen hier auf die Poxwalker. Ja. Habe ich noch ein paar. Gucken wir mal, reicht das. 6 Zoll. Reicht genau. Ja, dann sind wir eine halbe Zoll zu dem da. Zucken wir gleich nach. Dann Celestin, du musst mal noch ein paar Punkte scoren. Und zwar Celestin chargt den... Ah, der kann ja overwatchen, ne? Den Flamer-Arsch. Ja. Ei, ei, ei. Na, aber hallo. Der wird mal sowas ein overwatchen. Ja, das will doch keiner. Scheiße, Mann. Dann charge ich auf den Blackcaster. Nur auf den Blackcaster? Ja. Ich glaube, der overwatche ich mal nicht. Schaffe ich. Ach, sieht gut aus, oder? Tschüss, Blackcaster. Ne, aber dann nicht. Du reduzierst ja meinen Schaden. Geben wir mal nur einen Schaden durch. Na, der hat bis vier Leben oder fünf. Er hat nur sechs Attacken. Also, okay, es wird sportlich. So, hier, die gehen dran. Mehr Charges haben wir nicht. Kann eigentlich Morty in diese Damen da intervenieren? Oh ja, kann auch. Dann machst du das einfach mal, wenn das so kostenlos ist. Also, ich weiß nicht, wenn du dich woanders hinbewegen wolltest oder so. Aber geht nicht. Ich hatte ja gehofft, dass ich den kille. Ist ja verkackt alles. Läuft ja hier nichts. So, sechs Foxys stehen da noch. Dann möchtest du noch eins verküllen. Ja, komm, dann machen wir hier als erstes die. Genau. Guckst du mal, ob die die Foxys noch... Wir kennen ja die Gefahr der Foxys. Ja, möchte ich jetzt nicht. Okay, also. Sechs Attacken, los geht's. Wow, geht gut los. Und eine Wunde. Oh, eine Wunde. Das ist ein Foxys geschoben, oder? Ja, das ist ein ganzer. Zack. Was soll man machen? Die schlagen wir nochmal richtig zurück. Ja, willst du jetzt WCP ausgeben? Unterbrechen, wo habe ich denn Chancen? Hier schlage ich übrigens zuerst zu wegen seinem Relikt. Nicht, dass es irgendwas ausmacht. Nö, ich glaube nicht. Ich habe ja dann eh die erste eben Nahkampfaktivierung. Ja, dadurch, dass das mein einziger Charge war, bist du dann jetzt dran. Weil du ja, Celestine... Ja, ich glaube, jetzt so Foxys zu schlagen, sieht auch nicht so spannend aus. Morty killt auf jeden Fall die drei Damen. Das war ja... Der kommt ja auch vorher, ne? Dann aktiviere ich... Achso, ja. Dann aktiviere ich erstmal die Drohne mit einem Leben, dass die irgendwie wenigstens noch was macht, ne? Mhm. Gucken wir mal, ob die da den... Äh, ist das Fahrzeug noch im Nachkampf? Und der... Die beiden, genau. Der andere hat aber ein... Der hat ein Viererretter, ne? Ne, jetzt so ein Fünfer, aber ist Celestine weggelaufen. Okay, dann gönnen wir uns die. Wird die schlechter? Jetzt noch mal ein Lebenspunkt. Mh... Nö, die trifft immer auf die zwei, kein Ding. Äh, ich triffe da wie auch klein, aber ich check aber, was soll man sagen? Das sind elf Hits. Ja, genau. Und dann alles rerollen gegen Widerstand. Was hast du Grund? Äh, die hat, glaub ich, nur drei oder so. Naja, also... Da sieht doch monströs aus. Jetzt sieht es ein bisschen... Ähm... Kann ich... Ich kann nochmal nachschauen. Ich glaube, es wird trotzdem auf die zwei mit deiner Stärke sieben. Naja, ich mach auf jeden Fall auch deine... Die Stärke sechs plus. Ich mach deine Toughness noch um eins runter. Ja, siehste. Die hat Toughness vier, also wird auf die drei. Dann muss das auch mal die zwei. Ja, dann... Minus zwei, ne? Minus zwei und zwei schon. Tot. Das sieht nicht gut aus. Dann machen wir das Auto... Die ist hops gegangen. Okay. Gut, was machen wir als nächstes? Dann aktiviere ich... Also die ist zuletzt. Dann mach ich hier drüben dieses... Genau. Das ist so der Trade-off, dass du mir wenigstens da noch... Fünf... Ein paar Popsis kriegst. Ja, das ist aber immer irgendwie leichter gesagt als getan, ne? Ja, zwei... Zwei Popsis. Ja, ein Popsi. Ich hab so ein Gefühl, dass der gleich wiederkommt. Der kommt wieder, keine Sorge. Okay, du bist dran. Ja, ich guck gleich mal. Ich glaub, ich sag mal bloß noch so Blink-Damage-Sachen, ne? Ich würfel mal ein paar kleine Sachen aus. Und dann guck mal, ob Celestine noch den Helden killt. Du kannst ja erstmal gucken, ob Celestine meinen Flamer... Du bist ja vorher dran. Ja, ich werde ihn nicht killen. Aber ich probier's mal. Playcaster. Drei Attacken. Drei Hits. Drei Wunden. Drei Wunden. Vielleicht... Vielleicht muss ich das noch... Macht es Multi-Damage? Macht ein W3-Schaden, ja. W3, ja. Dann mach ich mal nacheinander. Also Vierer-Retter. Geht schon mal durch. Wie viel Schaden? Äh, muss ich würfeln, ne? Drei Schaden. Drei Schaden. Also außer, die haben diese Save geändert. Aber der Vor-Stave war auf jeden Fall immer wie drei Schaden. Ja. Wunderbar. Dann hab ich jetzt... Miracle-Dice. ...einmal einen gesaved durch die Miracle-Dice. Und dann würfelt man den letzten noch. Vier Plus. Ja. Hält. Ja. Na, dann lebt die gute Dame doch noch. Ja, ganz knappe Kiste. Ja, dann guck mal, ob der den Playcaster killst, oder? Ja, okay. Ich halte das hier mal kurz. Zwei, vier, sechs Attacken. Mal fest. Treffen wir auf die zwei. Er hat sogar vier Attacken. Dann machst du mal noch eine hinterher, oder was? Muss ich mal noch kurz eine Wartung hinterher machen? Vor ich hier was anderes mache. Das ist ein Deutsch-Einander hier. Was war denn das? Ich weiß es nicht. Die Kamera weiß es wahrscheinlich besser. Soll ich es mir holen? Nicht, dass es eine zwei war. Du hast eh wieder schon zwei, ne? Ich habe wieder eine zwei. Ja, dann reicht auch eine zwei. Reicht auch eine zwei. Okay. Ich habe noch eins in P. Maklos minus eins, ne? Ja, ja, ja. Ich habe einen Vierer-Retter. Ach so, okay. Hält. Hält. War auf jeden Fall der Vierer. Hält. Okay. Cool. Fünf Hits, ne? Fünf Hits hat Salestin geschafft. Kommt mit Stärke sieben, also auf die drei. Ich glaube, der Playcaster, der wird nicht sterben. Aber minus drei, ne? Forstort, ne? Ja. Okay, ich habe, glaube ich, bloß vier Leben. Ja, ja, das wären halt zwei Damage, aber du machst das ja runter. Ja, eins und zwei Leben. Oh, ja, nichts funktioniert hier. Nein, das machen wir doch nicht. Nix funktioniert hier. Erstmal kurz. Jo, mal gucken, ob die Drohne noch stirbt. Ein Leben? Die Drohne hat noch ein Leben, ne? Ich habe schon ein Act of Faith benutzt, schade. Da müssen wir also bloß... Ach, irgendwie auch. Ja, schade. Sechsen! Oh, boy! Und, was brauchen wir hier? Steche sechs, ne? Bitteschön, sieben. Auf fünf. Fünf. Vier und vier? Ne. Wir haben eine vier. Ach, schade. Fast gestorben. Aber eben nur mal fast. Ja, es sieht mau aus. Ich kriege Engage nochmal voll. Oh, ja. Genau. Drei Punkte. Assassinate leider nicht. Das ist eine ganz gruselige Sache. Papa Nörgel, der sitzt hier irgendwo hinter so einer Wand und zereiert sich hier voll. Ja, und Scramble bräuchte mir noch die Mitte, ne? Ja. Ist noch nicht ganz abgeschrieben, aber es sieht etwas finster aus. Ja. Es sieht etwas finster aus. Ja, ein CP habe ich noch. Und, ähm, ja, du startest jetzt primär, glaube ich, wenn wir richtig hier schauen. Eins, zwei, zwei, drei. Vier Marker. Das sind 15 Primärpunkte, ne? 15 Primärpunkte oder folgen. Ja, starte Sache. Und dann bewege ich mich mal ein bisschen rum. Morty gibt die Rerolls wieder ganz selfish auf sich selbst. Mhm. Und ich mache, glaube ich, die halbe Bewegung mache ich gleich nochmal. Also diese zwei CP gebe ich gleich nochmal auf. Ja. Aus. Und das mache ich, glaube ich, diesmal auf die Thermie-Einheit. Ja, 15 Punkte im Primary habe ich mir gegönnt. Dann habe ich, wie gesagt, mit den Thermies die zwei CP ausgegeben, dass die jetzt ihre, ähm, die Load of Contagion-Aura erweitern. Und das heißt jetzt, dass hier schön alles halbe Bewegung hat. Kenne ich irgendwas. Mensch. Äh, ja. Hier, die machen Spread des Signals hier hinten. Die Plague Marines. Was verdurft ist? Das ist zurückgefallen, der ist zurückgefallen, der ist nach vorne und ich hoffe, dass der Flamer das jetzt macht. Das ist vielleicht ein bisschen zu risky. Aber mal sehen. Ja, und dann bin ich hier hinten noch zurückgefallen. Morty ist nach vorne gedüst. Ja, genau. Die Popsies sind so, die sind nachher geblieben. Und Morty ist nach vorne gedüst. Und das heißt jetzt, dass ich ein bisschen Psi mache. Ja, Morty macht wieder minus 1 Zett auf sich selbst. Mir erst mal. Kommt mit einer neuen. Mhm. Kommt. Und dann macht Morty Plague Wind auf die 4 Damen hier hinten. 4 Damen, der weiße Squirt. Kommt mit einer 6. Mit einer 6, das probieren wir mal zu den 9. Das macht Mr. Exorzist höchstpersönlich. Yeah. Die Leiter, krass. Ja, mein Plague hast du zurückgefallen. Das heißt, Psi ist da nicht. Und das heißt, ich kann schon ein bisschen schießen. Mhm. Bevor ich es vergesse, Morty schießt seine Laterne. Seine Laterne auf irgendeines der vielen Fahrzeuge hier. Ja, vielleicht das mit einem Hilfspunkt. Sieht das verlockend aus. Na, das explodiert mir noch ins Gesicht. Na, egal. Ja, dann schließe ich das hoch mit der Laterne. Genau, und dann. Wiederhole ich wegen mir selbst. Juck. Und ich wunde. Du wundest. 3. Minus 3. Die 6. Fast. Okay. Exportiert er? Ich sehe es schon. Da hatte ich mehr Angst vor, muss ich zugeben. Dass das exportiert? Na, aber hallo. Na ja, komm. Ich bin zugetraut. Ja, ich habe jetzt noch eine ganze Reihe von kleinen Bolzern. Aber was wirklich spannend ist, was macht der Flamer gegen die nette Dame hier? Ein Schuss. 3. Nee, 3. Ich glaube, 3 Schuss müssen wir mal lassen. Widerstand. Ja, ja. 1 reduziert auf 2. Auf jeden Fall. Genau. Bei 3 Monaten. Und das macht dann aber W3, ne? Oder? 2 Schaden flat. 2 Schaden flat. Du hast noch 3 Leben, ne? Minus 3. Minus 3. Ja, komm. Celestine ist mir schon doch wichtig. Da saveen wir quasi einen. Ist das ein CP oder das ist... Nein, das ist ein CP. Okay. Und die beiden Würfel mal 4+. Aber hat sie noch ein Leben, ne? Ja. Ja, das heißt, muss ich es wohl doch mal ein bisschen werfen und gucken, ob die Bolter hier quasi dafür sorgen, dass Celestine stirbt. Das heißt, die Thermibolter schießen auf Celestine. Die 1en wiederhole ich wegen dem Lord of Contation und die ganzen 2en bleiben 2en. Und ich wund dich wieder auf 2, ne? Yo, so viele Wunden. Ja, weißt du? Müssen einfach keine 1 würfeln. Ja, richtig, richtig. Einfach keine 1 dabei. Ja, Mist. 2 dabei. Aber die kommen doch wieder, oder? War doch nicht so ein bisschen so? Ja, am Ende der Phase, ne? Uiuiui. Also... Das heißt, ich kann sie noch charging. Jetzt chillt die erst mal kurz. Ah, okay. Nice. Äh, ja. Dann haben wir, glaube ich... Next, next, next. ...wenn das geschossen, oder? Die Poxwalker. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Sieht ziemlich gut aus. Was Schuss betrifft, ja. Tja, dann kommt jetzt noch eine ganze Reihe von Charges. Ich gucke erst mal da hinten, was die Poxwalker machen. Ich werfe die mal hier daneben. Mit einer 4 auf jeden Fall nicht. Hab ich sonst noch Charges, die sehr kritisch sind. Hier stehe ich direkt davor, den schaffe ich also automatisch. Ähm, hier stehe ich auch direkt davor. Aber hier wollte ich eventuell noch ein paar Helden mitkillen. Aber ich muss ja erst mal den Exorzisten killen. Na los. Tja, das ist jetzt gar nicht so einfach, finde ich. Ähm, dann CP ich den mal hier hinten. Klappt nicht. Hab ich noch ein. Aus noch 4 wird eine 4. Mensch. Hat er gut gemacht. Ja, Morty geht rein. Der steht direkt davor. 5. In den Exorzisten. Entschuldigung. Hätte ich vielleicht mal... Ja, ja, hast du ja gesagt. Ähm, und die Thermis gehen in beide Einheiten. Denn das Fahrzeug hier und... Ja. Machst du da. Da das Spiel ja bis jetzt schon so super spannend läuft, ne. Mach der Overwatch. Da bin ich einfach mal witzig und mache Overwatch mit dem Exorzisten. Ja, mach mal. Gegen den Morty. Und dann machst du hier noch eine 6 zum Outdoor-Hit, oder? Kost mich ein... Ach, gegen den Morty machst du das mit dem Exorzisten. Also, genau. Der Exorzist auf Mortarion. Genau. Wir gucken erstmal, wie viel Schuss wir haben. Oh, wieder die 6 Average, ne. Da brauchen wir noch einen Würfel mehr. Da brauchen wir einen Würfel. Genau. So, und der Jakob, der hat das jetzt hier schon ein bisschen verraten. Hat ich dir schon empfohlen. Wir nehmen hier schon mal die eine 6, die wir haben. Eigentlich hast du schon mal. Okay. Hast du auch für Würfel immer noch 5? Würfel immer noch 5 weitere hinterher. Oh, zwei Hits auf Morty. Und dann auf die 4. Oh, boy. Oh, boy. Gah! Okay. Oh, boy. Das wäre ja auch zu witzig gewesen. Ja, auch zu schön gewesen. Ja, zu schön gewesen. Äh, ja. Hits? Ähm, ja. Charges, ne? Sonst noch mehr Charges, oder? Achso, ich muss noch hier schauen, ob Celestine natürlich hier wiederkommt. Genau, das ist natürlich wichtig, weil die will ich ja noch nicht. Charges, die kommt auf die 2+, ne? Ja. Cool. Ich habe mir kurz die 1 gesehen. Ja, ja. Ich weiß schon, ich weiß nicht. Das passiert auch immer mal, oder? Ja, ja. Ja, das heißt, da jetzt wieder eine Celestine und Larchie chargt mein Flegel da noch mit rein, ne? Der Flegel? Ja. Mit einer 9. Und die steht jetzt mit wie vielen Lippen wieder da? Voll. Voll? Voll. Das ist mir ein bisschen zu viel. Wollen wir 3 machen? Okay, ich sehe schon. Ich tausche gegen Morty. Lässt sich nicht. Äh, ja, die Popsi ist natürlich... So läuft das hier bei uns. Ja. Okay, da bewegt man mal den ganzen Rest noch, ne? Gehen wir mal das glorreiche Nachkämpfen Mortys 6 Attacken gegen diesen Exorzisten. Ich aktiviere erst mal Morty und hüpf' hier noch ein bisschen rum. Ja. Und auf geht's. Wow, eine 1 wiederhole ich wegen mir selbst. 6 Hits. Ähm, ich bin Stärke ganz, 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 ganz viel. 16. Auf die 2, ne? Auf die 2 und 1 wiederhole ich wegen... Ach, Contaminator, was? Das will das Handy nicht sehen. Ja, 5 Wunden von Morty. Auf den Exorzisten. Auf den Exorzisten. Das macht bestimmt nur minus 1, oder? Ach, schade. Ja, hat der 6er Retter oder sowas? Ja, alles 6er Retter. Alles 6er Retter. Ah, das ist unglaublich stark. Einen wird schon mal nicht geschafft. Zwei schon mal nicht geschafft. Drei und vier, okay. Witz, bitte. Ja, es sind 50 plus minus Damage. Explodier! Du, Tio! Fast. Jo. Ich hab dir ein Miracle-Dice runtergeworfen. Das war doch eine 6. Ja, ganz sicher. Okay, Exorzist ist auch... Ja, ist kaputt, genau. Und Morty geht mal hier weiter auf den Marker. Jo. Andi, zwei Klamen mit rannehmen. Ja, ja, okay. Oh ja, das heißt, jetzt wird's spannend. Jetzt wird auf Celestin geprügelt. Mal schauen, ob wir da was machen können. Also wer möchte hier der Typ mit seinem Flegel... Der Typ mit seinem Flegel haut auf Celestin drauf. Einzelwiederholung wegen dem Lord. Der hat ja auch Attacken, ne? Ja, ja. Wundet auch alles aus. Wahnsinn, ne? Wundet alles. Mit Minus... Minus zwei. Minus zwei und macht zwei Damage, ne? Macht zwei Damage, genau. Okay. Also im Schritt bist du ganz genau tot. Machen wir jetzt hier mal Slow Dice Rolling, ne? Fangen wir jetzt mal an. Also auf die vier. Achso, okay. Jetzt sind schon mal zwei weg. Okay. Auf die vier. Hält. Okay. Auf die vier. Okay, eben so. Dann haben wir noch drei übrig. Das heißt, dann nehmen wir mal den ersten. Oh yeah. Und dann müssen wir noch zwei Lüffeln nehmen. Ich habe keinen CP mehr, deswegen können wir die gleich zusammen machen. Und da ist er weg. Ist er tot. Ja. Okay, das ist so viel mehr Damage, als ich dafür. Läuft, Leute. Tja. Dann gucke ich gleich mal noch, was die Proxys und die Thermys machen. Und genau. Willst du noch kurz gucken, ob du die Drohne zerschlägst? Ja, warum nicht? Das ist ja immer ein Spanier. Ja, schau auf die sechs. Okay. Ha, lacht er hier. Lacht er hier. Komm, Kollege. So ein Höllenfeuer hier. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja. Die Drohne trifft alles, wundet alles, killt. Ah ja, genau. Es war erst die Drohne, die hat er hier rumgemäht und hat gerade so den einen Emulator noch stehen lassen. Und danach haben die Thermys hier drauf gehauen auf den anderen Emulator. Haben den zerhauen. Der explodiert. Reißt die Drohne mit. Reißt der Emulator mit. Ein Thermy tot. Und nochmal zwei Wunden dort auf die Trabumse. Eine riesen Explosion. Da hat sich gerade richtig was aufgeklärt. Alles raus. Kabumm. Und die gute Celestine auch noch gestorben. Mensch, alles gestorben hier. Die Sisters da drunter auch noch rausgenommen. Du kriegst einen CP. Bist du wieder bei einem CP? Ich kriege keinen CP. Wie viel kommt ihr diesen Primary? Ach nein. Null. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich habe einen Marker. Das habe ich gerade noch. Aber ja. Ja, das spiegelt ja aber auch ziemlich gut wieder, wie unser Tisch aussieht. Also hier ist irgendwie alles so grün und verseucht und eklig. Was mache ich jetzt noch in meinem Zug? Die Sisters dort, die bleiben dort, glaube ich, stehen und scramblen. Das gibt zehn Punkte. Dann gehen die natürlich raus. Die wollen ja mit Morty jetzt nichts mehr tun. Und die Seraphim, die bewege ich hier rüber, dass die vielleicht noch so einen Assassinate-Punkt hier sich snacken. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Das gucken wir uns gleich mal an, oder? Also, wie schon gesagt, die Seraphim sind hier rüber geflattert und ich nehme die Inferno-Pistolen auf den Lord of Potation drauf und dann die anderen Bolt-Pistolen auf den einen Lebenspunkt. Der hier drüben noch nicht so ganz geschützt wird. Genau. So, dann machen wir erstmal die Bolt-Pistolen gegen den mit einem Lebenspunkt. Treffen auf die drei. Sieht schon mal stark aus. Geht in eine gute Richtung hier. Und Widerstand hat er fünf oder vier? Fünf. Also, fünf verwunden. Ja, nix. Das war der Wirkest-Shot. Gut, dann nehmen wir den Lord of Contagion. Wir haben ja so viele. Machen wir schon mal. Nee, warte mal. Wir machen das für den Damage, oder? Für den Damage, ne? Ja, ja. Hatten wir noch drei Leben. Trifft viermal. Und dreimal verwunden. Ja. Schon vorher gesehen, oder? Ah, oh boy. Ich mach's dir auf mich einfach, oder? Oh boy. Okay. Gut, Ende. Ich score trotzdem nochmal ein Gage für zwei Punkte. Auf jeden Fall. Willst du da noch zuschlagen? Nein, nein. Die scramblen ja. Achso, hier meinst du? Ja, ja. Da meinst du nochmal. Das sind fünf, fünf, zwei, drei Damage-Proxys. Okay. Okay. Ja. So viel dazu. Das war's. Jo. Ja, also Scrambl 10. Engage nochmal. Scrambl ist sicher. Und das war's. Piu. Genau, in meiner vierten Phase, ich gehe jetzt mal auf vier CB hoch. Vier? Ich hab... Äh, sorry, zwei. Hab ich noch gleich noch. Was wollte ich in meiner vierten Phase? Okay. Da ist nur noch eine Lady, da hab ich gerade noch zwei weggekillt. Genau. Ja, ich bewege mich mal ein bisschen rum, sacke die 15 Punkte Primary nochmal ein und gucke mal, was ich noch killen kann. Ja. Ja, jetzt die Death Guard ist ein bisschen aufgeräumt, muss man sagen. Auf jeden Fall. Ja, ja. Brauchst du eigentlich gar nicht viel machen, weil auch gar nicht mehr viel steht. Richtig. Also der Morty, der kümmert sich hier wahrscheinlich um den Cannon Nest da hinten oder die oder die Thermis, die machen hier Spread the Sickness auf den Marker dort. Dann haben wir die Marines, die schnappen sich die Seraphim, die sind auf jeden Fall auch tot. Und ansonsten hier nochmal die Boxwalker, die hauen hier drauf. Zornut gibt Jakob halt auch nochmal ein CP aus für die Model Bound. Ich gebe den CP aus, genau. Dann stirbt die auch. Und ja, dann beendest du auf jeden Fall nach dieser Runde nochmal mit Engage für drei Punkte. Jo. Und Spread the Sickness ist damit auch noch einmal drei Punkte durch. Und ja, While We Stand kann ich den nicht mehr streitig machen mit den Punkten. Ja, was ich quasi einfach gelassen habe, ist, dass da vier Sisters stehen. Das heißt, du kriegst ja trotzdem null Punkte im Primary und du kannst jetzt irgendwie auch in der Runde fünf, was kannst du machen? Du kannst die Boxwalker noch killen. Ja, und? Das bringt Punkte, das ich nicht. Ich kann ja bloß auf einem Ziel Spread the Sickness machen und das mache ich halt auf dem dann. Ja. Oder könnte ich sich auf beide Ziele so verteilen, dass ich das nicht machen kann? Puh, glaube ich nicht. Ach so, meinst du, dass ich die hier hinbewege so? Ja, bestimmt mit einem Miracle Dice Advanced oder so. Ja, okay. Geht das schon? Dann kannst du ja... Okay, dann kann ich da nicht Spread the Sickness machen. Ja, ich habe ja eh das Primary dann gemaxed und mache dann Engage. Also jetzt kommen wir zu meiner Runde fünf. Klingt jetzt ja nichts gerade noch rum zu rennen. Ja, genau. Primary ist gemaxed und... Genau, ich muss jetzt nicht die Fizzes das jetzt hier noch abdrücken. Genau. Ich glaube, wir sollten uns das jetzt gleich nochmal an einem Wrap-Up hinschauen, was hier so abgegangen ist. Und das kann ich nochmal ein bisschen zusammenfassen, Jungs. Warte mal. Schau mal zusammen. Der Profi scoret hier nochmal durch und ich glaube, ich muss das Schlachtfeld hier mal reinigen. Hallo. Wir haben ein schönes Spiel hinter uns. Eieiei. Ja, herzlichen Glückwunsch, Jakob. Du hast voll verdient gewonnen. Meinst du, ich habe eine Drohne gehabt, die am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Orten war? Ja, so ist das nun mal einfach in dem Spiel, wo man einfach auf Waffen setzt, die W6 Schaden machen. Ja, also... Irgendwas reduziert wird. Irgendwas reduziert wird. Wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber diskutiert, bis zu dem Zeitpunkt, wo Moti bloß noch plötzlich bei sieben Wunden war und so, da dachte ich schon, das ist eigentlich gegessen. Und danach hat es halt komplett sich geklärt. Und diese eine Drohne da, die hat mir so den Tag versaut. Die hat halt alles, den ganzen Schuss rausgenommen und dann ist auch nicht alles gut gelaufen. Also dann hat Moti einfach mal gar kein Leben verloren und so. Aber dann waren halt auch bloß noch plötzlich zu wenig Mötter da. Was haben wir gesagt? Du hättest vielleicht ein bisschen defensiver spielen können? Ja, hätte ich vielleicht ein bisschen gewartet noch mit dem rauskommen. Aber ja, ich habe definitiv also total durch das Primäre verloren. Also das hat mir halt... Ich bin ja nicht auf die Marker gekommen, die Poxwalker. Ja, also... Die sind so gut. Ja, die sind stark. Also wenn du die nicht sofort totkriegst, dann nervt mich richtig doll. Naja, die kriegst du ja auch immer gut, ne? Hier durch die Line-of-Side-Blocker steht der zwei hinten, da nutzt du wieder vor. Dann spornst du die wieder mit dem Stratidium. Genau, mit dem Stratidium kommt die... Kannst echt richtig viel Schabernack mit dem machen. Und die haben ja wirklich einiges an deinem Scoring ausgemacht, ne? Genau, die haben die ganzen Stratid-Signals und sowas und haben mir die ganzen Primary-Punkte gebracht. Genau, der Score haben wir noch gar nicht gesagt. Genau, ja. Ja, unwesentlicher Unterschied. 88 Punkte für 35. Und dabei waren wir fünf Primary, das ist schon echt... Ja, ja, ich habe nur fünf Primary. Das war halt kacke. Ja, natürlich, es gibt definitiv kompetitivere Listen in dem Sisters-Buch, die man aufstellen kann. Der Komplett-Punch spielt, ne? Ja, ich habe keine Repentures gespielt. Aber man muss ja auch nicht nur die gleichen Listen euch aufzeichnen. Wir wollten euch jetzt mal richtig vermelden. Und ich weiß auch, dass viele Leute die Emulatoren nicht so bombig finden, weil sie einfach zu teuer sind, dafür, dass sie doch schnell kaputt gehen. Aber ich wollte sie trotzdem einfach mal spielen. Die sind ja alle durch die Explosion gestorben. Wobei... Ja, genau, nie. Also, es macht mir schon Spaß. Es ist schon witzig, einfach so viele von den Miracle-Dice zu haben, die dann halt potenziell mit diesen Multimeltern, die ja auch echt doch auf dem Tisch ganz gut rankommen, ne? Das ist auch irgendwie scary. Also, das ging ja plötzlich, zack, war Morty weg. Also, die ganzen Wunden von Morty. Ja, wüsste wahrscheinlich, wenn du jetzt hier in Richtung Super-Kompetitiv so ein kleines Bloody Rose Detachment... Ja, da spielst du natürlich anders, klar. Das sowieso. Aber was man zum Beispiel auch... Also, ich finde wirklich diesen Schadenreduzieren von dem Death Guard, hat man, glaube ich, auch hier in dem Battle Report gesehen, das macht so viel aus, ne? Ja, die ganzen zwei Schadenwaffen, die Heavy Bolter, da kommt ja dann am Ende auch nichts mehr an. Ja, und ich muss sagen, ich habe die Liste jetzt zum zweiten Mal gespielt, meine jetzt, und ich habe es ein bisschen angepasst, ich habe noch eine zweite Drohne, die Drohnen gehen ja übelst ab, und ich mag auch die Ballons. Ich hatte so einen fetten Thermi-Block, der halt in der Mitte so richtig nervig ist und nicht so schnell weggeht, und dann hat man mehr Flexibilität, also die Liste, ich glaube, die werde ich wieder spielen, und die macht echt... Die war auch immer ein bisschen ausgebokener als zwei so eine Thermi-Globs, deswegen habe ich mich wohler gefühlt und war überrascht, dass dann da gar nicht so viel gestorben ist und so. Ja, ich dachte halt, also gerade in deiner Liste, du hast ja super wenig Beschuss, aber, ja, also das schadet dir halt gar nicht. Nee, nee, irgendwie nicht. Also, die ersten ein, zwei Runden kommst du halt gut durch, verstecken und mit den Drohnen so ein bisschen, das sorgt schon richtig gut. und dann halt einfach überleben und im Nahkampf wegpflegeln, ne? Die Pflegel sind so krass und die, äh, unglaublich gut. Ja, also so ein bisschen, du denkst da so, naja, das ist ja jetzt auch ein Beschuss, nichts passiert, und plötzlich kommen da halt zwei, drei Modelle da, die mit ihren Pflegeln um sich schlagen, und plötzlich, bumm, genau. Sieh mal, warum hat der so viel Würfel in der Hand? Ach, das ist nur ein Modell, okay. Ja, also... Denkst du auch, ja. Ja, Mensch, ähm, wir freuen uns, wir freuen uns, wenn ihr es so lange durchgehalten habt. Ich hätte es euch natürlich gerne spannender gemacht, ne, zum Ende hin, aber es sollte halt nicht so sein. Ja, manchmal ist halt Nurgel-Papa-Nurgel auch... Ja, ja, genau. Und dann spreadet die Sickness ganz so... Ja, Damien sitzt hier bestimmt irgendwo da draußen. Gezogen. Nee, gut, in diesem Sinne, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Battle Report bei Flat Free Damage. Macht's gut. Ja, 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 Untertitelung des ZDF, 2020